Hallihallo Hallöchen liebe Freunde hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja, hat sich was verändert zum letzten Mal? Nö, alles beim alten Morgset, ähm, Glyphen und Talente alles gleich gibt also ja nichts zu berichten außer dass das letzte BG einfach komplette scheiße war aber gut so ist es halt. So, Moment, mal gähnen. Ja, so, ich hab, äh, ja, hat sich ja einer, hat mich einer darauf hingewiesen in den Kommentaren, ich hab den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, danke nochmal, ja, ich hab aber jetzt endlich mal, ich, ja, das ist eigentlich total so, ich hab gerade keine Tastenbelängdose Mikro zum Juden, ganz simpel, ja, wie im TS eigentlich, aber ja, wenn man nicht dran denkt und so, ne, danke nur für den Hinweis, wird gemacht und in Zukunft sollte das so in der Art nicht mehr passieren. Oh, was sind wir hier Tiefenwünschlucht? Wie, drei Redris. Und da ist noch einer, ein vierter, wie viele Palas haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Palas, wow. Wie, eins, zwei, drei, vier, so, oh, hab ich durch dicke Milik lief. Ne, dann nehme ich lieber mal die Tiefenwünschlucht mit. Blutdicker. Ah, es ist ja eine Schande, auf Seiten der Verzauberung drauf. So, es ist ja eine Schande, dass, äh, das wir es nicht richtig gemacht haben. Zwar die Verzauberung ist an der Ecke, hier ist die Verzauberung, aber hier nicht. Entweder ist der Punkt, sollte der in der Mitte sein und ist verschoben, oh, ich muss es auch machen. Oder er sollte links und rechts sein, was ich mir nicht vorstellen kann. Das sieht mich total beschissen aus, bescheiden aus. Aber gut, ich hatte schon mal mehrmals darauf hingewiesen, vielleicht passiert hier irgendwas mal. Schauen wir mal. So, nochmal gehen. Ja, funktioniert hier wunderbar. Was kommt denn in die Mitte? Nicht viel. Ja, was soll denn das werden? Das wird jetzt irgendwie nix. Kann ich durchtappen. Ah, jetzt nicht mehr schade. Oh, komm, bis uns das kann ich da, der redt. Das sind wir die Liebsten. Fast tot, Wings an. Oh, ein AMS. Dann. Oh, oh, oh. Ach, der Schuh gräbt ja doch. Achso, genau hier. Normal sind es 92%. Ich habe noch Buf drin. Zwei, über 92, irgendwas Prozent Mastery habe ich normalerweise. Das merkt man dann schon. Also mit CDs, wenn dann jemand so ein 60k frisst, dann kommen halt nochmal 58k das unterher. Also jetzt hätten wir so über 111.000 Damage. So ordentlich. Sehr ordentlich. Nein. Ne, der Mage. Da ist der, 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 da ist der. Zurückgebracht. Da war noch Mage. Dafür zieht man doch nicht. Der hatte jetzt CDs gezogen. Plus Papi? Leute gibt's, die gibt's gar nicht. Brauchen wir sich echt nicht über einen schlechten, schlechten Ruf zu wundern. Der hat jetzt ernsthaft Kampfforschung. Killing Spree. So. Den da heilen, den da heilen, mich heilen. Den heilen, mich heilen. Dies will heilen. Schade, dass das Talent nicht, äh, 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 wie heißt's. Nicht, ähm, nicht präzise. Jetzt komme ich nicht drauf. Das ist, was ich besser abstimmen kann. Oh, er kriegt auch erst bis ins Gesicht. Opferung. Wall bei mir ist ab. Der kriegt den Stun. Und jetzt kriegt der CDs ab. Inline. Bäm, 70k. Und da gucken wir gleich, wo was hinterher kam. Oh, da ist noch einer. Zum wenig wissen. Okay, gut. Ich kann's leider noch nicht zeigen. Und dann... So, schauen wir doch mal. Da hat Spaß. Aber hier, 70k. Na, 52k. 52k. Also 122.000 Damage. Wenn's nochmal der 10%-Buff dabei gewesen wäre, also der Mastery-Buff dabei gewesen wäre, dann wären das mal dezent über 130.000 gewesen. So, der Polly kriegt den Stun. A-Bubble. Ich bin auch der Warioer. Ah, der ist verrückt. Bäm, wie er abhaut. Nein, du kriegst den Inline. Oh, du kriegst den Spock. Und Stun, der wird kicken. Kickt der? Kickt der? Kickt der? Nö, er kickt nicht. Er wird sich wahrscheinlich wiederbeleben. Die nochmal gleich loopen. Nein, Niel ist die mal in Ruhe. Du bist Niel. Nein. Oh, ja. Eieieiei. Oh, leider macht er gar nichts mehr. Zu hinten, die kommen wir zurecht. Okay, da hat schon mal Legs. Naja, ist nicht mein Problem. Den geht's gut. Das ist halt das Schöne. Oh, komm her Rogue. Ein Ork-Schurke. Das sieht man auch nicht alle Tage. Was steht denn da? Da steht ein Heiler, ist auch scheiße. Komm her. Hier kommen jetzt mehr, aber... Ne, das riskieren wir nicht. Wandelst sich noch keine CDs? Brauchen wir auch nicht. Und das ist da jetzt sicherlich mein Freund. Legs den Stun ab. Jetzt wirst du einfach auseinandergenommen. Weil du nur ein Unterzahl bist. Der geht in den Mitteln angreifen. Was ist oben? Ah, oben ist Inka. Ja, da ist ein bisschen Inka. Geh mal hin. Zwei Decays. Ein Shami. Ah, hat sich schon erledigt. Ah, wo ist der Zerg? Wo ist hier ein Zerg? Wo ist hier ein Zerg? Dann wird es auch nichts. Da sind zwei, drei, vier... Oh ja, komm, wir müssen was machen. Hier geblieben. Wo ist der Zerg? Wo ist der Zerg? Wo ist der Zerg? So. Bubblen und Heal. Und den Pali-Typ. Ich kann mich heilen. Bam. Bam. Können wir auch Stunnen? Krieger zum Beispiel. Mit dem Pali können wir weiter ins Gesicht drücken. Na, der ist low. Töten wir mal den da. Nein, EK. Ich will nicht zu dir. Und den... Der kann sie töten. Uiuiuiui. Jetzt kommen sie hier, aber... Jetzt verreg' ich. Woll-up-Heal. Woll-up-Heal. Mal klein. Krieger. Nein! Na ja, das war klar. Versuch was wert. Ich hab gehofft, dass ich mir den Heal durchkrieg. Mit, ja... 100% mehr Heal. Äh, 5% mehr Heal. Ach, was hat sich... Schade, unschuldig, dass ich Sieg versaut. Ich würde auf abhauen können. Ach du Scheiße. Mein Heiler. Also wir haben die auch nicht. Und da ist unsere. Oben, die haben sie abgenommen. Boah, jetzt zerfetzen sie uns hier in der Mitte. Das ist viermal mal das Bett. Dann krieg' er Stun-Mama. Slone ihn. Slone ihn nochmal. Ah, du schweißt ihn. Dann ziehen wir mal CDs, du feige Sau. So. Na, schade. Gut. Da haben wir schon gewonnen. Jetzt wollte ich den noch ein bisschen aufs Gesicht drücken. Weiß ich nicht, aber von einem Stunner scheinlich alle umgehauen hätten. Ja, gut. Dann sag ich mir vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, dann ab damit in die Kommentare oder auf Twitter damit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.